Hallo liebe Leute, lade Bildschirm, heute gibt's ein neues Spiel hier, ähm, ja, ein Spiel, was es in der Open Beta gibt, herzlichen Glückwunsch! NOOOOO! This is the worst possible thing! So, als erstes ist wichtig bei dem Spiel zu wissen, dass man sich bei dem Spiel spezialisieren muss. Das heißt, man fängt als dummer Infanterist an, hat nischt und muss sich dann halt für Fallschirmspringer, Scharfschütze, Panzerfahrer oder sowas halt spezialisieren. Oder Flugzeug, Heini, Flieger, Typie. Das Spiel ist free to play, somit ist das Leveling extrem langwierig und scheiße. Natürlich kann man sich für Echtgeld alles freischalten und das Leveling somit überspringen. Warum auch nicht? Ihr könnt mich sowieso wieder nicht hören, weil das Mikro falsch angestellt ist. Dieuno-Greffler, Leute, ich hab mir selbst auf die Welt auf deine Welt gefordert, wie es in der Tatmikale ist. Das ist einiben Jaun und das Nachrichten. Das ist einüler薄wert. Das ist ein clauses. Das ist unser Dreifler. Das ist unser Dreifler. Das ist unserιg. Oh, das ist unser Dreifler. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.